Hast du noch Kontakt mit deiner alten Nachbarn? Nein. Warum nicht? Because... Nein, keine Ahnung. Ähm... Warum hab ich keinen Kontakt mehr zu ihr? Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen. Also meine Lieben, heute gibt es ein etwas anderes Video. Und zwar habe ich auf Instagram ein paar Umfragen gemacht. Und zwar wird Marlen jetzt sagen... Marlen stellt mir die Fragen, die ihr habt, an mich. Das konntet ihr mir über Instagram stellen. Und ja, sie stellt mir jetzt irgendwelche Fragen. Ich hoffe, es wird jetzt hier nicht so übel. Und wir gucken mal, ob wir die beantworten können. Das geht ja alles nur ums eine. Besteht bei dir aktuell noch ein Kinderwunsch? Ja. Also nicht bei dir. Was geht um sie? Ich entscheide jetzt gerade für sie. Okay, dann hätten wir das ja schon mal beantwortet. Marlen, wollen wir noch ein Baby haben? Ein Junge. Ein Junge. Was möchtest du? Ein Mädchen. Okay. Wenn wir wissen, dass deine Leute machen oder mal leben können. Wenn deine Oma ist, dann hört es mir. Ähm, wie viele Kinder wolltest du ursprünglich haben? Eins. Zwei. Zwei. Ich wollte ursprünglich ein Kind haben, weil ich meine Schwester nicht mag. Nicht ausstehen kann. Äh, bla. Und ich habe mir immer gesagt, ähm, ich würde das nicht meinem Kind, was ich dann habe als erstes, ähm, antun wollen. Eine Schwester oder ein Bruder. Und obwohl. Also ein Geschwisterchen zu haben. Als wenn das so schlimm wäre. Na ja, wenn du meine siehst. Warte mal kurz. Wenn du meine Schwester siehst, möchtest du so eine Schwester haben? Äh, nö. Ja, siehst du. Und deswegen, dadurch, dass ich sie wirklich von Tag eins an, wo meine Mutter mir gesagt hat, das wird ein Mädchen, äh, ich schon einen Hals hatte, ähm. Du musst dir auch vorstellen. Stell dir vor, das ist jetzt ein Beispiel. Stell dir vor, ich wäre ja so. Ja, ich weiß. Ihre Kinder haben dann so eine Tante. Sie ist ja auch mal eine Tante, deine Schwester. Ja. Ist schlimm, ne? Ja. Ähm. Deswegen wollte ich eigentlich immer nur eins haben. Und deswegen haben meine Kinder auch teilweise mit so einem großen Abstand. Damit sie in dem Kleinkindalter voller Aufmerksamkeit haben. Das ist die Erklärung. Ähm. Was ist deine Kleidergröße? Ich habe keine Ahnung. Kleider. Also mein T-Shirt hat gerade eine... Kleider. Ach, Kleider. Eigentlich steht gekleidet. Aber... Kleider. Meine Kleidergröße. Ja, ich habe keine Ahnung. Bei Kleider. X, X, S. Also meine Jacke ist eine S. Ich glaube, die haben da nur das Falsche reingedruckt. Und ähm... Ja. Warst du gut in der Schule? Naja, was heißt gut in der Schule? Also Geschichte nicht. Da hatte ich immer eine 4. Wenn ich mich gut über Wasser gehalten habe. Weil ich wirklich Geschichte habe ich gehasst. Mathe war ich sehr gut. Englisch war ich im besten Kurs. Aber da im besten Kurs war ich relativ schlecht. Weil die Ansprüche sehr hoch waren. Ähm... Alles andere war ich auch gut. Also... Okay gewesen. Okay. Ich habe eine Rissenfrage und eine... Keine Ahnung. Frage. Also... Wie würdest du reagieren, wenn deine Kinder LGBT sind und du es merkst, aber sie es dir nicht sagen? Okay. Das würde ja gar nicht passieren, wenn meine Kinder mir das dann noch hoffentlich erzählen würden. Ja, aber das ist jetzt gerade nicht die Frage. Okay, was? Wie würdest du reagieren, wenn wir das nicht sagen würden, aber du es irgendwie mitbekommen würdest? Ich wäre traurig. Ich wäre traurig. Ich wäre traurig. Aber du würdest es akzeptieren. Natürlich würde ich das akzeptieren, aber ich wäre traurig, dass ihr nicht mit mir geredet habt. Deswegen... Ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, weil die Kinder... Erzählen mir alles. Ich kann nicht mal lügen. Doch, meine Kinder erzählen mir alles. Ja, alles. Nein, das war nur mit dem Deal. Wie bekomme ich Reichweite? Ich möchte auch so gern mit Instagram und Quick-Ade verdienen. Oh, das ist wohl ein anderes Thema, Leute. Ich kann eine richtig gute Seite empfehlen, da habe ich mir die gekauft. Bleiben auch für ein Jahr. Gehen jetzt langsam weiter runter, aber... Nein, ich arbeite da schon zehn Jahre dran und das ist einfach hartnäckige Arbeit. Waren alle drei Kinder geplant? Ein Klammern von dem Zeitraum her. Ja. Ja, lass es bitte da drinnen. Ja, alle geplant. Alle ausgerechnet, erplant, errechnet, ermessen, alles. Was ist das Feinigste, was du mal googeln musstest? Meierei. Wisst ihr noch? Ja. Ich wusste nicht, was eine Meierei ist. Wann haben deine Kinder Geburtstag? Ich weiß nicht, wer sie denn da vorstellt. Nummer eins im Februar, Nummer zwei im August. Ja, das ist ja. Eine Tage. 19.2., 25.8., 16.6. Und das vierte da oben? Dritte, äh, dritte, zwölfte. Das fünfte da oben? Keine Ahnung, umfang im April. Kannst du mal ein Kochbuch schreiben? Beziehungsweise rausbringen? Sie kocht sehr weit im Kopf. Sie kocht sehr weit im Kopf. Soll ich welche Rezepte abschreiben? Werden die älteren Videos irgendwann wieder öffentlich gemacht? Ja. Ich muss mich bloß hinsetzen und das alles durchgucken, freigeben und so weiter. Wie geht es deiner Mama? Lange nichts mehr von ihr gehört bei dir? Äh, ihr geht's gut, aber hat jetzt grad sehr viel Papierkram und sehr viel Stress an der Backe, weil jemand in ihrem sehr nahen Umfeld verstorben ist und sie alles managt. Wie geht es dir momentan? Bis auf meine Picke hier. Was ist das für ein Zeug, mit dem du so schnell Acht nimmst? Ich versorge meinen Körper mit ganz viel Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und habe dadurch keine Heißhungerattacken und bin mega ausgewogen, energiegeladen. Ja, ist geil. Wer Bock hat, meldet sich. Weiter. Wie sieht eure Zweitsamkeit aus bei dem mega durchgeplanten Tagesablauf? Das kann ich sogar beantworten. Manchmal, guck mal jetzt mal wie süß die aussieht. Ähm, manchmal fahren Mama und Papa ne Currywurst essen. Ja. Stimmt aber. Ja, stimmt wirklich. Oder mal Mexikanerabends oder so. Meistens mal am Wochenende auf dem Freitag oder Samstag, dass wir mal... Aber auch erst abends, damit Maris dann schlägt. Genau, wenn Maris schlägt. Aber ich muss gucken müssen, dass er... Irgendjemand ins Bett fällt. Ja, also... Ansonsten... Läuft, würde ich sagen. Das Video geht jetzt schon 13 bis 50 und du hast noch nicht richtig einfach nicht zu spielen. Sie ist es gerade beim Eingregen. Ja, aber ich glaube auch... Wie lange bist du schon mit deinem Mann zusammen? MAAAHHH! Was ist das? Müsst du 30 Jahre sein? Nein, Quatsch. Ähm, ich bin zusammengekommen mit ihm... 30 Jahre, dann sieht es nicht lang. Dann seid ihr 35 oder so. Äh... Ich bin mit ihm zusammengekommen, da war ich 16. Ähm... Das war... Das war, ähm... 22.02.2000... 2000... 2000? 2001. Willst du mal auswandern? Hätte ich voll Bock drauf, ja. Alleine. Mit Marleen. Nein, nicht. Das ist das erste, was in dem Umzugskarton sitzt. Scheiße. Hast du noch einen Kinderwagen oder so zu verkaufen? Huh, also ich habe noch einen Kinderwagen, ja. Ähm, aber ich will den nicht verkaufen, weil ich ihn so toll finde. Ich benutze ihn auch noch gerne selbst als Einkaufswagen und so. Also, hm. Ganz praktisch. Ja. Das ist vor allem oben das Dach, wo man so eine ganz leichte Dose reinlegen kann. Mann, Leute, ich muss euch jetzt mal mein Terrier Secret erzählen. Ich habe schon was geklaut. Ich habe meine Energydose ins Dach reingelegt. Und musste das ja ein Stück zurückklappen, damit die nicht runterfällt. Und dann habe ich die einfach mitgehen lassen. Hast du schon mal gelauft? Nein. Ich habe noch nie eine Zigarette im Mund gehabt. Ich finde das Zeug eklig, widerlich, widerwärtig. Soll ich noch ein paar Begriffe raussuchen? Wir würden schon mal einen Joinbook raus. Ja. Da habe ich einmal dran gezogen. Da bin ich gestorben und danach habe ich das gelassen. Bon, Drogen und alles Nein. Muss ich leider alles mit Nein beantworten. Obwohl ich vielleicht noch mal testen würde, so einen Keks zu essen. Könnte ich mir vorstellen. Wie findest du es, dass manche Frauen sich nicht in ihrem Körper wohlfühlen oder sich sogar schämen? Kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich bin zwar auf einem guten Weg, aber wohlfühlen tue ich mich auch nicht. Aber dadurch, dass ich sehe, dass es halt bergauf geht, wird es wieder besser mit dem Selbstvertrauen. Aber ich kann es verstehen, wenn man sowas hat oder macht oder ist. Was ist deine persönliche Meinung zu Transgender? Ja geil. Mega interessantes Thema. Habe ich ja gerade erst einen Herrn, was mal ein Mädchen war, verfolgt. Und ich finde das mega interessant, mega spannend, mega krass, was die Ärzte heute schon alles so machen können. Ja, Mann. Ab wie vielen Jahren, also wenn du bestimmt könntest, ob man einen Alkohol verkaufen würde, ab wie vielen Jahren würdest du Energies verkaufen? Energies. Was ist denn jetzt mit 16, ne? Energies. Ja, wenn es nach mir ginge, würde ich auch das mit 18 machen, weil ich einfach finde, dass das Zeug übertrieben schädlich ist. Ich bin auch gerade sehr am Hadern mit Marlen, was das ganze Thema angeht. Ja, finde ich scheiße. Deine Meinung zu den neuen Corona-Maßnahmen? Alles wird geschlossen, außer Schulen und Kitas. Also ich würde gerne, dass meine Kinder auch zu Hause bleiben, sind wir ganz ehrlich. Warum sollten meine Kinder rausgehen und den Corona... Alles 20 Minuten wird gelüftet, das passt doch. ...den Corona-Maßnahmen ausgesetzt und bringen dann mir den Schund mit nach Hause oder was. Also ich finde, wenn dann ganz. Ich kann es aber auch verstehen wegen der ganzen... Abschlüsse. Nicht wegen der Abschlüsse unbedingt, sondern es gibt auch einfach sehr viele sozial schwache Haushalte, wo Gewalt stattfindet. Und für die Kinder finde ich es natürlich wichtig, dass sie zur Schule gehen und so weiter. Pepe, was sagst du dazu? Na, dass die Corona-Maßnahmen alles schließen, aber die Schulen und die Kitas offen bleiben. Was sind die Schule? Weil? Ich weiß aber nicht, dass mehr infiziert werden. Ja, hab ich auch der Meinung. Warte, komm mal kurz ein kleiner Besuch. Komm auf die Kamera. Katze. Vor allem, wie sie da stehen und wie sie da. Wie hast du Mati, Matias das kennenlernen? Mati wird hier mit TT geschrieben. Äh, im Internet. Was denn? Was denn? Was denn, hab ich im Internet kennengelernt? Was denn? Auf der Straße, weil Musik spielen. Was? Nein, im Internet hat er Musik gemacht. Auf dem U-Bahnhof. Mit so einem Hut. DJ Mati unterwegs am U-Bahnhof. So hat man gesagt, ey, Upscher, lass mal Nummer. Wie ist es, in Anführungszeichen berühmt zu sein und hattest du schon mal eine unangenehme Fanbegegnung? Fanbegegnung. Fanbegegnung. Oh ja, weißt du noch einer? Also für mich sind das alle Zuschauer. Aber keine Fans. Aber was war denn peinlich? Also das war nicht peinlich, aber das war witzig. Also wir waren mal so alle zusammen. Papa, du, Marlene und ich, wir waren mal in so einer Mordhöhre, keine Ahnung. Und da hat so ein Mädchen wieder so gesagt, oh mein Gott, guck mal da und da. Und dann ist Papa zu ihnen krank und hat gefragt, können wir ein Foto machen? Und die trauen sich nicht, euch zu fragen. Ja, stimmt. Das war gut, ja. Also Papa ist dann zu den Mädchen gegangen, die uns erkannt haben. Das ist hier nur transparentes Puder. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich hier die ganze Zeit rumpudere. Das ist transparent. Gehen wir jetzt weiter? Was sagst du mit über alle Büsche bei dem, den es sagt? Äh, warte mal, das aktuelle war ja jetzt gerade wegen dem Six-Packs-Tänzer-Gedönes, ne? Mhm. Was sie mit dem zusammensetzen, glaube ich. Hey Leute, ganz ehrlich, ey, jeder hat ein Privatleben, jeder kann machen, was er will. Und wenn ich hier dann noch nebenbei zwei Männer hätte, dann geht euch das auch nichts an. Ganz ehrlich. Woher habt ihr die 3D-Blumen und den Schriftzug bei Mara im Zimmer an der Decke? Ach so, die Blümchen. Äh, Paperflower, irgendwas von Instagram. Ich versuche euch das mal rauszusuchen und unten in der Infobox zu verlinken. Wie schaffst du es so schnell abzunähen? Also, ich versorge beiden. Ja, die Schokoriegel von der Tankstelle, die sind übergut. Ähm, ja. Habe ich ja schon was zu sagen, also brauche ich ja nicht dafür zu sagen. In wie vielen Jahren hattest du dein erstes Mal? Das hat sich doch schon mal ausgerechnet, wann war denn das? Nee, du meinst ja deine 4-Gode. Nein, ja, ich hatte es, ich weiß es nicht, ich glaube 15 oder so. Ja, um in 12 oder so. Ähm, hast du schon mal vor deinem Mann gepfiffst? Nein. Noch nie, in den ganzen 100 Jahren nicht. Ihr schon, ne? Ja, vor mir jedenfalls. Ja. Matthias auch vor mir, aber du vor ihm? Ja. Einmal. Nein. Doch. Zwei, dreimal. Nein, also einmal bewusst, aber wenn, dann nur im Schlaf. Aus Versehen. Warum pupst du im Schlaf? Ja, ich rede auch im Schlaf. Ja. Ja reden, okay, aber... Was hab ich nicht im Schlaf? Ja, keine Ahnung, ich hab's noch nicht gemacht und ich war jetzt auch nicht tot. Wollen wir uns noch ein Haustit zu legen? Ja! Ja! Ein Hund! Ein Hund! Eine Babykatze und ein Hasen. Damit Papa auszieht oder was? Ronseries, Ronseries. Guck mal wie süß! Sing mal einen Song. Ah! Bin wieder da. Ja, ohne Bilder. Nein, ein Englisch. Hä? Childers, knees and toes, knees and toes. Okay Leute, das waren eure Fragen, das waren meine Antworten. Nein, du bist doch noch fertig, nicht fertig geschminkt. War Piepe geplant. Das ist so eine Sache, also ich musste mich da schon echt überreden und das war schon... Wo ich dachte, willst du das wirklich? Will ich schon. Wie oft ist in eurem Garten eine Maus? Ist das so eine Frage? Keine Ahnung hier, ne? Die liebe Sabrina hat gefragt. Hast du noch Kontakt mit deiner alten Nachbarn? Nein. Warum nicht? BK... Nein, keine Ahnung. Ähm... Warum hab ich keinen Kontakt mehr zu ihr? Zu viel negative Energie und zu viel negative Energie hat mich äh... nicht sauer gemacht, sondern runtergebracht, ähm... schlecht gelaunt gemacht und alles und deswegen hab ich aussortiert. Was ist dein Lieblingsgetränk? Fassbrose... Ja, Fassbrose oder Frozenmargarita. Oh, das ist gut. Ja, ne? Was für ein Mischen trinkst du, wenn du mit deiner vorne trinkst? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich trink gern Sekt. Ich trink gern Sekt. Ich trink gern Sekt. Ich trink gern Sekt. Wie alt ist Charly? Charly ist schon bald. Charly ist schon bald. Sie ist so... Also die braune ist ungefähr... Nein, hab ich nicht. ...sechs oder so. Und Charly muss jetzt so 14 sein. Charly... Nein! So, das war's jetzt zum Thema eure Fragen, meine Antworten und ich werde jetzt noch ein weiteres Video für euch drehen.